So, was geht ab, YouTube? Wir machen heute was Besonderes und zwar lachen gleich 10 Minuten Rolltreppe. Ist das Rolltreppe? Also halt Treppensteigen. Diese Rolltreppe, die kennt ihr ja. Warte mal, 10 Minuten pro Lacher ist viel, oder? Warte, hab ich mich grad selber gefickt? Ja, auf jeden Fall, falls ich einmal lache, 10 Minuten. Falls ich zweimal lache, 20 Minuten. Falls ich sechsmal lache, eine Stunde. Falls ich neunmal lache, eineinhalb Stunden. Falls ich zwölfmal lache, zwei Stunden. Ihr wisst, wie das Prinzip funktioniert. Also, Er hat seinen Arsch gezeigt. Richtig, mein Geburtstag einfach. Diesen Kuchen, diese Chips. Warum soll ich hier lachen? Warum soll ich hier lachen? Ey, was ist eigentlich bei ihm? Was ist eigentlich mit ihm? Was macht der aktuell? Er streamt Casino auf Kicken niemals. Gold, ey, n***a? Das sind so großartige Spieler. Wer ist Gold, n***a? N***a? Wer ist n***a? Warum ist alles n***a? N***a? Bent over. Wer da f***? So n***a? Oh hell no. Dick, man. Wer sind die? Gay rats coming in n***a? Like, what the f***? Dick Ich sag, die Episode wird vorbei sein. Ich werd nicht einmal lachen. Ernst, ich werd nicht einmal lachen. 16 Kills. 16 Kills. 17 Kills. Oh ja, das ist respektlos. Das ist so respektlos. Oh mein Gott. Ey, aber der war stark. Ey, der war aber stark. Ich schwöre, der war stark. Unsere Sportlehrerin damals, die hieß Frau Bauer, die hatte mies dicke Titten. Sein Blick dabei, ey, und seitdem ist es auch einfach ein Meme, Bruder, 20 Minuten ist crazy. Ich nehm das hier gerade gar nicht ernst, ne? Die hatte mies dicke Titten. Wie er guckt. Das kannst du besser, das kannst du besser. American Cop Appy. Oh mein... Ey, ich hab nicht gelacht. Ey, ich hab wirklich nicht gelacht. Ich hab nicht gelacht. Ich hab nicht gelacht. Das war... Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich habe nicht gelacht. Das ist crazy. Kann nicht zählen. Wir sind... Wir sind bei fucking 30 Minuten, ne? Was passiert hier gerade? 30 Minuten ist hart. Amo. Free. Amo. What? Bruder, Hamid. Hamid vor Streaming war so insane. Bleib bleib, rede nicht. Amo 331, zu ekelig. Bitte nicht, denn es bringt den Ruf. Das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Warte, das zählt nicht. Ich war gerade noch bei SpaceX, Digga. Ich war gerade nicht beim Video. Ich winke jetzt von Niggas. Ach, ich hab extrem Hunger. Ich hab ein Paket vorher und Wer hat mir Lauf erzählt. Ho, 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 geil, ho, ho, was ist denn das hier? Oh, okay. It's good, nigga. That's why all my bitches love you like this, bro. Oh, fuck. Also, dass die beiden zu mir eklig sagen bei deren TikToks, dass die beide zu mir eklig sagen bei deren TikToks, is crazy. Das zählt nicht, das zählt aber nicht zu nicht lachen, ne? Mach den Tanz mal im Bayern-Trikot. Hab den Tanz im Bayern-Trikot gemacht zusammen mit deiner Schwester. Das ist krass. Ihr sollt mir TikTok schicken, worüber ich... Egal. Aber ey, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ne? Bei diesem KSI-Song-Chat. Der wollte auch selber, dass es ein Meme-Song wird. Du kannst nicht so einen Song rausbringen und dir denken, ey, ich mein das ernst. Und, du guckst doch in den Spiegel. Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst, du geläuterte... Oh, made in China. You made it yourself. Nice. Yeah, sure, sure. Habt ihr gehört, was ihr gesagt habt? Habt ihr gehört, was ihr gesagt habt? Das ist verrückt. Junge, als ob du das nicht weißt. Das ist crazy. Junge, ähm... Die Leute tun so, als würde ich nur das crazy sagen. Wenn das Wetter bunt ist, keine Ahnung, Mann. So lache ich nicht mal. Wie viele Kontinente gibt es? Kommt drauf an, in wie viele du mit deinem Pass reinkommst. Stark. Was? Ey, bitte, ja. Also spätestens jetzt. Das ist wirklich... Das nimmt Ausmaß an. Das bin ich nicht. Hey, everybody. Let's do tutorial side. Hey, man, I know that's him right there. That look just like him, don't he, twin? Hey, that goddamn Officer Earl. You Officer Earl. What? Officer Earl. That's you, right? No. Say Flintlock Wood. Who the hell is Flintlock Wood? You Officer Earl. Officer Earl? That's y'all Wood. That's you? Look back at this picture. Yeah, yeah, that's you right there, yeah. Yeah, that's him. You might be like, man, big head. Officer Earl, Flintlock Wood. Who the hell is Flintlock Wood? Say Flintlock Wood. You know what, I got you, y'all ain't good. I'm a woman, ain't no good. You really just like him too. Grab somebody sexy, tell him her. Give me everything. Okay, guys, die sind so ein Schaden, ne? Oh, 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 oh. We're left, the push level. Every time I'm in the street, I hear. Men don't. Guys, it's not that bad, bros. Boah, der Hame wird so auseinandergenommen. Willst du das mit Deutsch reden, dann reden in Deutsch. Ich kann auch Arisch reden. Das ist keine Sprache, das ist eine Rache. Genau so, um nicht andere. Genau so, um möchtest du's haben, über den linken Fliegen. Tiene que dar, Tachetamarias, es es una falta taktica, por favor. Es el parro, el ataque, es es falta taktica. 209 Predict auf Ansage, Leute. Oh, das war ein guter... Ich glaube, an die macht das Fix. Boah, also die Sleipse drin. Mit einem Kill und Top 5 bin ich safe drin. Oh, wie sohn. Wie sauer er ist. Dieses Huhn. Warte mal, ich glaube, 50 Minuten, ne? Das war's mit dem... Ne, das war's noch nicht mit dem Video. So, 50 Minuten habe ich jetzt. Jetzt muss ich Treppen steigen. Ich hab gar keinen Bock auf Treppen steigen, ernst. Diesen Ding muss ich jetzt 50 Minuten bleiben. Also, ich guck mal, wie das Ding überhaupt eingeht. Quickstart. Boah. Ich glaube, das liegt rein, ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, 10 ist schon sehr schnell. Ich glaube, ich mach 5. 5 ist ein bisschen langsam. Ich glaube, Stufe 7, 50 Minuten ist valid. Ey, das ist schon nicht easy, ne? 1 Minute 30. Und das jetzt 50 Minuten ist crazy. Hier muss ich jetzt 50 Minuten drauf bleiben. Es geht ja, aber 50 Minuten. Ey, ich schwöre, meine Beine sind jetzt schon tot. Ich brauche aber ein Handtuch. Ey, ja, ich pack das. Meine Beine sind jetzt schon tot. Minute 10, fast 100 Kalorien verbrannt. Ich bin dead body. Ich will jetzt schon komplett dran schwitzen. Ich denke, ich mach nochmal einmal höher auf 9. Ich schwöre, ich hätte niemals gedacht, dass du anstrengend bist. Das ist wirklich krass. Low-Key-Rückenschmerzen. Ich glaube, das liegt an meiner Haltung. Ich bin so, ich hab mir gerade ein Handtuch geholt. Aber das Ding ist abgebrochen. Damit ihr denkt, ich kriege Fake irgendwas oder so. Ich würde bei so einer Scheiße auch niemand schummeln. Ich hab auch beim letzten Mal beim Joggen, ehrlich gesagt, dass ich es nicht gepackt habe. Also mittlerweile 52 Minuten. Aber ich glaube, ich hab noch 14 Minuten oder so. Oder 17. Keine Ahnung. Es kracht, es kracht, es kracht. Hoch 10. Komm, 10, das passt schon. Wow, okay, das ist schon mal am Tempo. Meine Leiste hier tut übel weh. Ich bin übernimmt's wetten. Es ist machbar. Cool, es ist anstrengend, aber es ist machbar. Ach, dir geht das ist ein Format. Schreibt rein, was ich als nächstes Bestrafung machen kann. Vielleicht sogar eine Sportbestrafung. Ist ja ehrlich hart. Letzten, tu mir nirgendwo aus. Letzten zwei Minuten. Ich bin am Schwitzen, das ist jetzt wirklich super fertig. Drei, zwei, drei, zwei, eins. Du bist out. Dead Body Repo. Ich bin Dead Body. Und ich bin durch. So, ich bin jetzt fertig. By the way, ich gehe jetzt auch fast jeden Tag ins Gym. Also fünf bis sechs Mal die Woche. Hat mir Ardler gesagt. Also ab jetzt ist wieder komplette Durchziehphase. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt dir in den Kommentar rein, was man noch lachend gleich für Bestrafung machen kann. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ich brauche langsam ein Auto. Schreibt mein Auto in den Kommentar. Wie heißt, ich brauche langsam ein Auto. Schreibt mein Auto in den Kommentar.